Pack die Badehose ein. Ja, 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 ja. Maja. Ja. Schatz, die Raumtemperatur im Bad auf 24 Grad gestellt hat. Das funktioniert. Ich wäre nämlich jetzt fertig. Ich wäre nämlich jetzt fertig. Le Grand Signeur, wenn er mir so kommt, würde ich ganz spontan einen intelligenten Schockfroster einsetzen. Ja, ich denke schon. Es ist wahr und genug. Ich will nämlich jetzt rauskommen. Nein. Ich meine, er könnte ja auch mal die Tür zumachen. Manchmal steht die sogar auf, wenn er auf dem Klo sitzt. Warte, warte. Ja, doch. Doch, es ist warm genug. Was sagst du? Du hast ja Klamotten an. Nee, meine Hand hat nichts an. Also gut, perfekt. Opa, du hast deine Klamotten hier draußen liegen. Soll ich sie reinreichen? Nö, brauch ich nicht. Ist ja warm genug. Also ich komme jetzt.